Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Falls ihr zum ersten Mal da seid, mein Name ist Jenny und falls ihr wieder dabei seid, freue ich mich sehr euch wiederzusehen. Heute geht es um meine Monatsfavoriten und zwar um den Monat November. Alles was ich im November wahnsinnig gerne benutzt habe, sei es Parfums, Body Mists, Body Lotion, was habe ich noch, Conditioner, Duschgel, Lieblingstasche, Lieblingskosmetik. Ich habe heute alles dabei, also wenn es euch interessiert, bleibt bitte gerne dran und wenn ihr noch nicht Teil unserer wunderschönen kleinen Parfümfamilie hier seid, vielleicht überlegt ihr es euch, abonniert meinen Kanal. Mich würde es wahnsinnig freuen, euch hier zu begrüßen und wir starten natürlich mit meinen Lieblingsdüften des Monats und ja, die gehen wir jetzt einfach durch. Ich sage euch ein paar Worte dazu und ich starte mit Stefan Umberluca und zwar mit dem Wiener Inkanat. Das ist einer dieser Erdbeerkaramelldüfte, die ich einfach jetzt so im Herbst, Winter einfach wahnsinnig mag. Der ist sehr speziell, der ist ledrig, der hat so eine Karamellnote, der hat Waldbeeren, also ein bisschen Brombeere, Erdbeere, Himbeere, Tonkabohne, sehr viel Vanille, einen Hauch Patchouli und eben Leder. Der ist sexy, so knallrot wie diese Flasche ist, so sexy ist der Duft. Also die Flasche ist wahnsinnig schön, ja, mit Steinchen, Rot, Gold, Weihnachten pur und der hat durch diese Lederfruchtigkeit, hat er eine wahnsinnige Sexiness und Einzigartigkeit. Ich kenne keinen zweiten. Das ist nicht einfach nur eine karamellige, ledrige Erdbeere, sondern ihr habt eben wirklich diese Waldfrüchte, das macht ihn wahnsinnig speziell. Ich glaube nicht, dass das ein Duft für jedermann ist. Ich denke, der eine oder andere hat vielleicht Probleme mit ihm. Ich persönlich finde den sexy, elegant, weiblich, trotzdem unisex-tauglich. Wenn Männer irgendwie fruchtig-ledrige Düfte mögen, definitiv eine Probe wert. Der ist für mich einzigartig. Siage, Haltbarkeit, überhaupt gar keine Probleme. Der God of Fire, den ich aus dem Hause habe, hält sogar noch einen Ticken besser, aber der hier ist eher in die ledrige Richtung. Und ich würde sagen, so sieben, acht Stunden ist der da mit einer moderaten Projektion. Aber Siage ist da, auf jeden Fall. Ich möchte euch nicht so blenden mit der Flasche. Ich habe den im Monat November wahnsinnig gerne getragen. Der spielt so schön in der Kälte. Ich fühle mich sexy, ich fühle mich luxuriös, ich fühle mich special. Und ich weiß, ich werde niemals so riechen wie jedermann. Das ist definitiv das Wiener Inkarnat. Wenn ihr es noch nicht probiert habt, probiert es aus. Mein absoluter Monatsfavorit. Der nächste Duft ist fast schon ein bisschen in Vergessenheit geraten bei mir, weil ich den so lange nicht benutzt habe und eigentlich ihn so sehr liebe. Und diesen Monat habe ich ihn wieder rausgekramt. Und zwar ist es von Bond No. 9, das New York Nights. Ich habe schon oft über ihn gesprochen. Das ist ein süß-blumiger Duft mit Jasmin, Gardenie, Patchouli. So ein bisschen maritimen, salzigen Noten. Er riecht so ein ganz bisschen nach Meeresbrise, aber minimal. Sandelholz, Karamell und Kaffee. Eine wahnsinnig irre Mischung, finde ich. Also einmal dieses karamellige, vanillige Kaffee-Banane riecht meine Nase. Der Duft riecht für mich wie so ein Bananen-Latte. Also so ein Milchkaffee mit Banane. Das rieche ich raus. Also wirklich süß-blumig für mich, fast schon gourmandig, obwohl er als süß-blumig gelistet ist. Ich sehe ihn eher als so eine sahnige Bananen-Kaffee-Latte. Ja, das ist... Wenn ihr den einmal gerochen habt, werdet ihr den nie wieder vergessen. Der ist so einzigartig. Im Winter hat er bei mir eine wahnsinn-Zillage. Im Sommer, muss ich sagen, ist er eher körpernah, komischerweise. Aber im Winter spielt der hammermäßig. Ich liebe den. Ich habe den rauf und runter getragen. Und jeder mag den. Das Sandelholz hier ist überhaupt nicht pieksig. Es ist sehr cremig. Es ist wahnsinnig schön. Es ist für mich auch ein Unisex-Duft. Aber der Duft ist schon süß-blumig-gourmandig. Und er hat, wie gesagt, diese leichte Meeresbrise, was ihn für mich absolut einzigartig macht. Und aus meiner Sammlung nicht wegzudenken, Haltbarkeit würde ich sagen, so an die sieben Stunden. Mit einer guten Sillage. Aber er haut niemanden um. Das ist kein Raumfüller oder sonstiges. Aber ich genieße den. Ich liebe Banane. Und ich rieche hier diese edle, teure Banane. Mit diesem minimalen Hauch von Kaffee. Kaum riechbar, aber ein bisschen. Und für mich einfach nur mega, mega. Der nächste Duft wird euch nicht überraschen. Aus dem Hause MFK. Und ich trage den die letzten vier Monate rauf und runter. Aber auch in diesem Monat habe ich ihn wahnsinnig oft getragen. Und zwar ist es Oud Satin Mood. Das ist ein süß-blumiger Oud-Rose-Duft. Mit ein bisschen Benzoe, Pfeilchen und Amber. Das ist ein Statement-Duft, Leute. Der schreit nach Selbstbewusstsein. Nach hier bin ich. Absoluter Unisex-Duft. Ein bisschen pudrig, süß, udig, floral. Und einfach nur ein Statement. Wenn ihr damit rausgeht, der füllt euch den ganzen Raum. Jeder wird diesen Duft riechen. Nicht jeder wird ihn mögen. Das glaube ich ganz sicher. Ich liebe ihn. Ich habe ihn sehr lange überhaupt nicht gemocht. Und aus diesem Ich mag ihn überhaupt nicht, ist eine riesengroße Liebe geworden. Ich habe den hier halb aufgebraucht. Ich habe noch einen zweiten, der ist auch schon halb leer. Also ich benutze den wahnsinnig gerne. Jeder, der ihn riecht, fragt mich. Und ja, dem einen oder anderen wird er zu viel sein. Und das, was ich früher so empfunden habe, irgendwas hat mich wahnsinnig gestört in dem Duft. Habe ich jetzt halt nicht mehr. Daraus ist große Liebe geworden. Haltbarkeit. Zwei Tage auf meiner Haut. Mit einer bombastischen Siage. Und wie gesagt, Haltbarkeit nicht von diesem Planeten. Ich liebe den. Im Winter ist der ein Traumduft für mich. Einfach nur ein Traumduft. Ich habe damit Selbstbewusstsein. Ich fühle mich sexy. Ich fühle mich trotzdem weiblich, aber doch edgy. UZ-Mode 10 von 10. Liebe, liebe, liebe ihn. Den nächsten, der ist schon ein bisschen länger in meiner Sammlung. Und ich trage ihn relativ selten. Aber im Winter mag ich ihn sehr, sehr gerne. Und zwar ist es aus dem Haus, aus der privaten Reihe von Garland. Der Spiritus Double Vanille. Und dieser Duft. Es ist eine gourmandisch süße Vanille. Ja, über den Preis werden wir jetzt hier nicht reden. Und der ein oder andere wird sagen, es gibt viel bessere Vanilledüfte, die weniger kosten. Das mag sein. Ich finde den aber sehr edel. Ich finde den wahnsinnig so ummantelnd, kuschelnd. Das ist eine wahnsinnig teuer riechende Vanille. Garland kann Vanille wie kein anderer. Das wissen wir. Und der hier ist keine Ausnahme. Mit ein bisschen Pfeffer. Der hat Weihrauch. Der hat Bergamotte und Rose, Jasmin, Ylang Ylang, was ich toll finde. Eine wahnsinns Vanille, ein bisschen Rum und Benzoin. Der ist so wahnsinnig elegant. Der riecht teuer. Der riecht wirklich nach einem mega teuren Dessert. Hat aber auch so durch dieses Ylang Ylang so ein bisschen Tropik mit drin. Ich finde, das ist ein Meisterwerk. Ich kann den nicht immer tragen. Für mich ist es absolut kein Signature Sand. Aber wenn es kalt ist und ich so meine Ladylike Tage habe, trage ich irgendwie den. Ich finde, der hat irgendwas Ladylike. Ich sehe den auch nicht unbedingt an einem jungen Mädchen. Ich finde, der ist erwachsen. Der ist nicht altbacken, aber er ist erwachsen. Das ist wirklich so für eine Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht. Die weiß, was sie will und einfach so ein bisschen elegant rüberkommen will. Für mich Eleganz in einer Flasche Vanille in der elegantesten, teuersten Form, die ich mir vorstellen kann. Duble Vanille, also spiritös, Duble Vanille. Und ich sage euch, die Haltbarkeit ist Bombe. Der hält an mir den ganzen Tag. Der projiziert nicht weit. Ihr habt so eine Sandbubble um euch rum. Man wird euch riechen. Ihr werdet euch riechen. Aber das ist Eleganz. Der soll keinen Raum füllen. Der soll wirklich so ein bisschen intimer sein. Man muss näher an euch rankommen, um ihn zu riechen. Aber wenn ihr wirklich elegant, die eleganteste Vanille haben wollt, definitiv Garland. Spiritös, Duble Vanille in diesem Monat. Wirklich wow. Habe ich geliebt. Den nächsten bleiben wir doch bei Vanille. Und zwar habe ich da für euch den Vanille Royal Sugar Patchouli 64. Ich finde, dieser Duft ist ein bisschen underrated. Und ich verstehe nicht, warum. Weil ich finde den richtig, richtig gut. Am Anfang, als ich ihn das erste Mal probiert habe, habe ich mir so gedacht, naja, ein bisschen sehr ähnlich dem Vanilla 28. Und Vanilla 28 würde ich wahrscheinlich bevorzugen. Aber jetzt muss ich sagen, wow. Leute, ein süßer Orientaler mit Vanille Orchidee, Jasmin Rum, Creme Brulee, Leder, Tonkabohne, Rose, Braun, Zucker und Oud. Der ist so gut. Der riecht, das ist so eine Busi Vanilla. Diese Rum Note mit dem Vanille und Creme Brulee. Ein Gedicht, sage ich euch. Mein Mann rastet regelmäßig aus, wenn ich den benutze. Der ist so sexy. Ich finde den richtig aufreizend, sexy, elegant, mysteriös. Absoluter Suchtfaktor für mich. Absoluter Suchtfaktor. Ich finde den richtig gut. Und ich muss sagen, der ist einer mit der besten Haltbarkeit von Kayali, die ich habe. Es gibt noch ein paar, die mit ihm mithalten können, aber er ist definitiv ganz vorne mit dabei. In diesem Monat habe ich den fast, ich würde sagen, zwei Wochen vom Monat habe ich ihn getragen. Tausend Komplimente auf den bekommen, weil der einfach, desto länger der auf eurer Haut ist, desto besser wird der. Der ist einfach wirklich dieses, wenn ihr diese Rum Note liebt und ich persönlich liebe das in Düften, kann ich euch den nur ans Herz legen. Probiert den aus. Der Patchouli ist definitiv da. Wer Patchouli nicht mag, wird vielleicht seine Probleme mit ihm haben. Ich persönlich habe sie gar nicht. Er ist überhaupt nicht irgendwie madammig oder altbacken oder sonst was. Der ist interessant, spannend, für mich spektakulär und für den Winter für mich ein absolutes Must-Have für Vanille und diese alkoholischen Notenliebhaber. Probiert den aus. Der ist mega. Einfach nur toll. Haltbarkeit an mir den ganzen Tag mit der richtig guten Projektion. Der wird gerochen. Ich werde darauf angesprochen. Auf jeden Fall. Vanilla Royale Sugar Patchouli 64. Mega Duft. Den nächsten habe ich euch in meinem letzten, in meinem letzten Video schon gezeigt. Und zwar aus dem Hause Tom Ford, den Café Rose. Ich liebe den in diesem Monat. Das ist ein blumig-würziger Duft mit Rose, Ylang-Ylang, Koriander, Patchouli, Sandelholz, Weihrauch, Kardamom und Kaffee. Von dem Kaffee kriege ich hier nicht viel. Für mich ist es wirklich so dieses florale Rose mit Ylang-Ylang. Ein bisschen Patchouli, ein bisschen Weihrauch. Ich finde den irgendwie mysteriös, alltagstauglich. Für mich ist es ein immergeher No-Brainer. Ich sprühe mir den auf. Ich fühle mich einfach nur sexy. Ich fühle mich sexy auf seine Art und Weise. Der strengt mich nicht an. Der ist ein wirklich leichter, aber doch prominenter Duft. Er fällt auf. Ich finde den einfach nur mega. Leute, ich bin süchtig nach diesem Duft. Ich könnte mich baden da drin. Der ist jetzt nicht der stärkste auf der Brust. Ich muss den wirklich nach 5-6 Stunden nachlegen. Macht mir aber gar nichts. Der Duft an sich. Ich genieße den. Er hat eine gute Sandbubble. Auf jeden Fall. Und wer den alten Kaffee Rose von Tom Ford liebt, wird den wahrscheinlich nicht so lieben. Trotzdem probiert ihn aus. Ich persönlich bin großer Fan von diesem neuen Release. Und war einer meiner Top-Düfte diesen Monat. Kaffee Rose von Tom Ford. Den nächsten habe ich auch wieder ausgegraben. Aus der Versenkung habe ich so ein bisschen vergessen. Aber warum habe ich ihn wieder ausgegraben, kann ich euch auch erzählen. Es geht um Passessoir von BDK. Ich habe jetzt das BDK Passessoir Extré getestet. Flasche ist sehr cool, fand ich. Aber ich muss sagen, der ist in der Schweiz wahnsinnig teuer. Und ich habe ihn zwei, dreimal probiert. Und ich kann euch nur sagen, die Sillage von dem Originalen ist auf mir deutlich besser. Der Extré war viel schneller verflogen. Die Haltbarkeit war nicht so gut. Der Anfang ist wahnsinnig geil von dem Extré. Ich bin ehrlich. Der hat mich gecatcht. Definitiv. Er hat sehr, sehr viel von dem Original. Aber ich war enttäuscht mit der Performance. Und danach, als ich den sozusagen ausprobiert hatte, wollte ich unbedingt wieder den Passessoir ausgraben und den wieder benutzen. Und habe ihn dann in dem Monat wirklich sehr, sehr oft benutzt. Und habe mich einfach wieder in ihn verliebt. Das ist ein fruchtig süßer Ingwer, Mandarine, schwarzer Pfeffer mit Quitte, Jasmin, Orangenblüde, Amber und Patchouli. Der ist süß. Der ist weiblich. Der ist präsent. Der ist in your face. Der wird die einen oder anderen definitiv ärgern. Aber wenn jemand etwas möchte, was wirklich stark ist und die anderen überfällt mit seinem Duft, der nimmt Passessoir. Ich liebe den. Ich finde, das ist einer der schönsten und genialsten Düfte aus dem Hause BDK. Mit dem einen oder anderen. Aber ich liebe den. Ich liebe den. Diese süße Fruchtigkeit in ihm. Dieses Opening mit dem Ingwer-Mandarine. Und danach kriegt ihr diese Orangenblüte Amber. Der ist ein bisschen pfeffrig. Wahnsinnig süß. Fast schon sirupartig süß. Aber im Winter für mich ein absoluter Traumfaktor. Hält an mir. Acht bis zehn Stunden mit einer Bomben-Sillage. Komplimenten-Magnet. Jeder liebt den. Ich habe noch nie jemanden gehört, der den nicht mochte in meinem Umfeld. Ich liebe ihn absolut. Passessoir von BDK. Immer wieder genial. Der nächste. Ich habe diesen Duft in meinem Designer-Favorites irgendwie untergehen lassen. Und es ist einer meiner liebsten Designer, die ich habe. Und auch einer meiner Favoriten immer. Deswegen habe ich ihn heute mit reingenommen. Und zwar ist es das Carolina Herrera Good Girl Blush. Wie ich das vergessen konnte, tut mir wahnsinnig leid. Hier trage ich es nach. Einer meiner absoluten Favoriten, wenn es um Designer geht. Das ist ein blumig süßer Duft, Leute. Und ich finde, der riecht überhaupt nicht nach Designer. Mit Bergamotte, Bittermandel, Rose, Ylang-Ylang, Vanille, Tonka riecht er für mich wie ein Nischenduft. Der kann mit jedem Nischenduft locker mithalten. Siyash, Haltbarkeit, nicht von diesem Planeten. Der hält den ganzen Tag, wenn ich den aufsprühe, spricht mich jeder an. Oh Mama, was hast du heute drauf? Mein Mann fragt mich, was ist das, was du trägst? Weiblich, ohne Ende, Prinzessinnen-Duft, elegant, so süß, zerbrechlich, feenhaft, aber doch stark, präsent. Ich kann von diesem Duft nicht genug schwärmen. Der ist wirklich 10 von 10. Ich habe den trotz der Kälte wahnsinnig gern getragen. An so Tagen, wenn ich mich wirklich sehr weiblich, noch ein bisschen jugendlich fühlen will. Definitiv Good Girl Blush. Ich finde, von Carolina Herrera, von den Schuhen, ist er einer meiner Top, Top, Top Favoriten. Ich kann den nicht genug loben. Und wie gesagt, Schande über mein Haupt, dass ich den in meinem Favoriten-Video vergessen habe. Der hat wirklich ein Extra-Video verdient, so gut wie der ist. Leute, wenn ihr den noch nicht probiert habt und ihr mögt sowas wie Rose Ylang Ylang mit Vanille und weiblich, floral, verspielt, Prinzessinnenhaft, Mädchenhaft, mit einer Bombenhaltbarkeit, mit einer Top-Siage, Good Girl Blush kann ich euch nur empfehlen. So, der nächste wird euch wahrscheinlich nicht überraschen, aber dieser Duft ist für mich alles. Also, wenn ich meine Top 2 Düfte for life, ihr wisst, Nummer 1 Peregrina und ja, Nummer 2, Top for life. Und das ist er. Definitiv. Santal 33 von Le Labo. Dieser Duft ist mir so ans Herz gewachsen. Das bin sowas von ich. Ich könnte diesen Duft tagtäglich benutzen. So sehr liebe ich ihn. Es ist ein holzig-würziger Duft und ich sage euch, mein Gott, mein Gott, Leute, kennt ihr das? Kennt ihr dieses Gefühl? Ja, ihr kennt es. Wenn ihr an einem Duft riecht und euch leuchtet so ein warmer Schauer über den Körper und ihr kriegt Gänsehaut und ihr wollt euch den sofort aufsprühen, was wir jetzt einfach machen. Ich habe heute noch nichts drauf und ich kann euch nur... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was liebe ich diesen Duft. Bitte, lasst euch von meiner Euphorie jetzt nicht anstecken und rennt und kauft euch den blind. Kein Blindkauf. Der Duft ist sehr speziell. Ich habe den ein paar Mal getestet, bevor ich ihn gekauft habe. Daraus ist aber so eine riesengroße Liebe draus geworden, dass er wirklich, ja, der zweitliebste Duft ist for life. Für mich. Sandelholz, Leder, Pfeilchen, Zedernholz, Ambroxan, Kardamom, Papyrus und Iris. Diese Duftnoten könnten nie das wiedergeben, was ich hier rieche. Wenn ich mir den aufsprühe, kann ich euch nur sagen, ich habe das beim Blush eben schon gesagt, aber hier auch. Jeder möchte diesen Duft. Jeder. Wie oft habe ich diesen Duft schon jemandem aufgeschrieben, jemandem mitgebracht, der sich den unbedingt aufsprühen wollte. Alles mögliche, dieser Duft ist für mich Himmel auf Erden. Und die, die ihn lieben, die mir heute zugucken, die werden mich verstehen, wie sehr ich den liebe. Ich glaube, das ist so ein Duft, entweder man mag ihn gar nicht oder man ist obsessed. Und ich bin obsessed, wirklich sowas von, danke, danke Le Labo für diesen Duft. Ich bin Head over Heels in Love seit einem guten Jahr, sogar über einem Jahr. Seit ich den gekauft habe, schaut euch die Flasche an. Und ich habe noch eine kleine, die habe ich leer gemacht. Also eine 30ml habe ich leer gemacht, die schon zur Hälfte leer. Aber ich werde mir irgendwann die große leisten, wenn die leer ist, weil das ist ein Duft, der wird immer, immer in meiner Sammlung sein. Siage füllt mir die ganze Wohnung, wenn ich den nutze. Und Haltbarkeit zwei Tage. Der Held und Held an Klamotten hält er wochenlang. Und ich rieche mich gerade selber, aber sowas von, ich kann es euch mit Worten nicht beschreiben. Wenn ihr eine Möglichkeit habt, ihn zu testen, bitte versprecht mir, dass ihr ihn zumindest testet. Ich denke, der eine oder andere wird sich verlieben und die anderen werden ihn einfach nicht mögen. Le Labo Santal 33, top, top, top Favorit. Und dann habe ich noch was von Sarah für euch. Und den habe ich euch auch schon vorgestellt. Und zwar ist es der Blanc Aporté. Der Blanc Aporté ist für mich vergleichbar mit dem Molecule 01 und finde ich für den Sarah Duft mega gelungen. Sarah wirklich Chapeau, ich kann nichts sagen. Das ist ein frisch synthetischer Duft mit Ambrette, Bergamotte, Kaschmirholz und hat wirklich etwas von Molecule 01. Frisch synthetisch für immer, immer Gär, für Layering Combos. Zum Verlängern der Haltbarkeit von euren Düften, zum Auffrischen von euren Düften. Es ist wirklich dieser typische holzige Ambroxan Duft, aber für mich 10 von 10 für einen Sarah Duft. Ich layer den, ich trage den alleine, wenn ich einfach irgendwie Sport mache oder keine Ahnung, früh morgens aufstehe und will einfach frisch riechen, frische Kick haben, nehme ich Blanc Aporté. Der hält nicht so lange, ist eher ein Hautduft, aber ich rieche mich selber und zum Layering ist er traumhaft schön. Ich mag den, ist einer meiner liebsten Sarah Düfte, kann ich nur empfehlen, Blanc Aporté. Und der letzte Duft für die Monatsfavoriten ist aus dem Hause Lush. Und aus dem Hause Lush werdet ihr heute noch viele Sachen sehen, denn ich bin obsessed im Moment mit deren Produkten und ich kann davon nicht genug kriegen. Der Duft, Turmeric Latte. Oh Mann, Turmeric Latte haut euch um. Das ist ein gourmandig, süßer, Benzoy, Tonkabohne, Vanille. Ich rieche so ein bisschen Zimt, ich rieche so ein bisschen Lebkuchen, ich rieche irgendwas Schokoladiges. Gourmand Heaven. Einfach nur Himmel auf Erden für die Gourmand-Liebhaber. Ja, dem einen oder anderen wird er zu heftig sein, der hat eine krasse Siage und der hat eine Bombenhaltbarkeit. Bomben. Wenn ich euch sage Bombe, der riecht am nächsten Tag noch. Und ich layer den, ich muss es jetzt gerade schon mal vorziehen, mit dem Body Spray. Let the good times roll. Und diese Kombi ist meant to be. Es gibt keine schönere Kombi, es tut mir leid. Aber das für Gourmand-Liebhaber, das riecht nach butterigem Popcorn. So wirklich karamellig, butteriges Popcorn mit nur so einer minimalen Salted Caramel Note. Aber nur leicht, sonst ist der süß, süß, sahnig süß. Und der hier hat dieses Weihnachten, zimtige Tonka-Bohne, Benzoe und so eine krass geniale Vanille. Also zusammen. Komplimente sind vorprogrammiert. Ihr werdet euch den ganzen Tag riechen. Das war die liebste Kombi von mir in dem ganzen Monat November. Ich habe die zwei so oft zusammengetragen und fast jeder, fast jeder fragt mich die ganze Zeit, Jenny, was ist das, was ist das? Let the Good Times Roll von Lush und Turmeric Latte. Zu dem Body Spray muss ich sagen, der ist besser als manch ein Duft. Der hält den ganzen Tag, der hat eine Wahnsinns-Siage, der hat eine Wahnsinns-Haltbarkeit. Und er war, würde ich sagen, mein liebster Duft im Monat November. Definitiv. Wenn ihr den noch nicht probiert habt, Leute, probiert den. Der ist bombastisch gut für all die Gourmand-Liebhaber da draußen. Ein Must-Try. Ich sage euch, ein Must-Try. Geht zu Lush, probiert den aus. Dankt mir später. Und wenn wir bei Lush Body Spray sind, habe ich noch einen, den ich gekauft habe. Boah, der ist so gut. Das ist Rose Jam. Rose Jam riecht wie ein Nischenduft. Punkt. Es hat für mich mit dem Body Mist null zu tun. Der riecht wie ein Nischenparfum. Lasst euch bitte von diesen Flaschen nicht irritieren. Der Duft ist genial. Das ist Rose, Zitrone und Rosengeranie. Und er hat, ja, wie kann ich das sagen? Er hat so ein bisschen was. Wer, ich würde sagen, wer die Delinas liebt, wird an ihm seinen Spaß haben. Das ist so eine marmeladige, karamellisierte Rose. Ein bisschen was von Peregrina ist definitiv mit drin, aber auf eine andere Weise. Der ist ein bisschen zitroniger, der Rose Jam. Der hat so eine zitronige, karamellige, marmeladige Rose. Also, sehr stark rosig, aber eine Sillage. Ich habe jetzt einmal gesprüht. Alles. Hier, das verströmt um euch rum. Jeder wird das riechen an euch. Wenn irgendjemand von euch Probleme hat, dass nie jemand einen Duft an ihm riechen kann, probiert den Rose Jam. Probiert den Let the Good Times Roll. Ihr werdet gerochen werden. Das garantiere ich euch. Der Rose Jam ist halt einfach, der riecht wie ein Nischendüft für mich. 10 von 10, Leute. 10 von 10. Der wird immer wieder nachgekauft. Immer wieder. Ich habe den jetzt so oft benutzt, seit ich den bekommen habe. Jeder fragt mich. Wirklich, das Interesse an diesen Lush Body Sprays ist enorm. Deswegen geht, probiert die aus. Ich glaube nicht, dass ich euch enttäuschen werde mit meinen Empfehlungen hier. Der ist einfach nur Bombe. 10 von 10. Total underrated. Und für das Geld, muss ich sagen, würde ich jeden anderen Nischenduft locker liegen lassen. Ich liebe den. Einen Body Mist habe ich noch für euch, aber nicht von Lush, sondern von Joe Malone. Und zwar ist es der Wild Blue Bell. Ich habe euch den schon gezeigt und ich liebe den nach dem Duschen aufzutragen. Der ist so mit Nelke, Maiglöckchen, Wildrose, Kaki und Moschus. Und der ist so schön sanft, cremig. Der ist leicht. Das ist so ein Wölkchen von floralen, cremigen Noten. Maiglöckchen ist sehr präsent, aber ich liebe Maiglöckchen. Und ich lege ja den sehr gern mit dem Forever and Ever von Dior. Ihr kennt das. Das passt so schön zusammen. Und der hat etwas. Das normale Wild Blue Bell riecht nicht wie der Body Mist. Der Body Mist riecht anders. Und ja, der war teuer, aber ich trage den so gerne. Und im Monat November, ich habe den so gerne nach dem Duschen aufgetragen und mich einfach selber genossen. Deswegen für mich 10 von 10. Ich finde den mega, wenn ihr die Möglichkeit habt, den auszuprobieren. Das ist jetzt für mich nichts für, das projiziert nicht. Das ist wirklich ein Body Mist, aber für euch selber. Ihr riecht euch. Ich rieche mich. Ich liebe, liebe, liebe den Joe Malone White Blue Bell, der Body Mist. So, womit machen wir jetzt weiter? Ich würde sagen, wir machen weiter mit, sagen wir mal, mit Kosmetik. Und zwar habe ich irgendwie im Monat November einen alten Bronzer von mir neu entdeckt. Mein Chanel Bronzer, den ich hatte, war leider limitiert. Ich habe euch den schon mal gezeigt. Der war in so einer riesen Chanel Box. Der war leer. Ich wollte den nachkaufen, bis die Verkäuferin mir erklärt hat. Nein, diesen Bronzer wird es nicht mehr geben. Das ist eine limitierte Auflage. Dann musste ich mich wieder umgucken. Und ich habe wieder gekauft von Nars den Laguna Bronzer. Und habe den im Monat November. Fast jeder wird den kennen von euch. Ich trage den auch heute. Ich liebe den. Der ist immer wieder gut. Und eigentlich ist er kein Stück schlechter als der Chanel. Ich rede mir das jetzt schön, weil ich habe den Chanel sehr geliebt. Aber was soll ich machen? Es gibt ihn jetzt halt nicht mehr. Und deswegen habe ich im Monat November immer wieder den Nars Laguna benutzt. Und ich finde, der ist immer wieder gut. Mega zu verblenden. Mega Farbe. Für meinen Hauttyp ist Laguna perfekt. Hält ohne Ende. Und liebt den einfach. Nars Laguna. Und dann wollte ich euch noch meinen Lieblingspinsel. Weil ihr liebt ja auch Pinsel. Und zwar den Sephora Pinsel. Den 03 Powder Brush. Sehr fluffy. Und ich nutze den für Bronzer. Für Puder. Und ich liebe, liebe, liebe den. Ich finde, Preis-Leistung ist hier nicht zu toppen. Sephora 03. Der Powder Brush. Den wollte ich euch noch zeigen. Und eine Lipkombi, die ich heute auch trage. Und zwar ist das der MAC Lip Liner Chestnut. Das ist ein ziemlich dunkler Braunton. So sieht er aus. Chestnut. Ich hoffe, man sieht es noch in der Kamera. Und drüber habe ich den Rouge Coco Bomb in 928 Pink Delight. So sieht er aus. Es ist so eine Art Lip Gloss. In so einer rosa Nude Farbe. Der ist mega schön, Leute. Mega schön. Das ist wirklich so ein rosa Nude. Und zusammen mit diesem dunkelbraunen Lip Liner. Traumhaft. Der bleibt auch sehr lange auf den Lippen. Ich liebe den. Ist meine liebste Farbe. Wollte ich euch zeigen. Im Monat November. Mein absoluter Top-Favorit. Ich kann euch auch nochmal hier die Verpackung zeigen. So sieht das aus. Rouge Coco Bomb. Und dann 928 die Farbe. So. Das war es mit der Kosmetik. Dann habe ich natürlich. Meine Haare waren noch nie so lange sauber, schön und voluminös. Wie mit diesem Shampoo. Ich habe es schon gesagt. Und ich liebe es. Und mir wird nie wieder ein anderes Shampoo ins Haus kommen. Nie, nie, nie wieder. Und zwar ist es von Lush das Big. Das ist dieses Meersalz Shampoo. Ich habe es euch schon gezeigt. Da sind diese Meersalzkörner drin. Aber die Haare sind so sauber. So haben. Also gerade für feine Haare. Ihr habt so viel Volumen. Ich habe nichts in den Haaren heute. Kein Haarspray. Kein Schaumfestiger. Nichts. Die glänzen. Die haben Volumen. Die sind schön glatt. 10 von 10. Leute. Kein anderes Shampoo kann mit dem mithalten. Wenn ihr dünne, feine Haare habt. Ich kann euch das nur empfehlen. Und zwar in Kombination mit einem Leave-In Conditioner. Der nicht von dieser Welt ist. Jeder Hype um dieses Super Milk von Lush ist es wert. Und das kann ich hier bestätigen. Jenny Approved. Der hat es in sich. Riechen tut er nach. Mandelmilch. Kokosmilch. Hafermilch. So ein bisschen zitrisch. Zum Anbeißen. Ihr riecht drei Tage nach diesem Leave-In Conditioner. Ich übertreibe es nicht. Der ist sehr teuer. Ich würde sagen, für den ganzen Kopf nehme ich so an die 7, 8 Sprüher. Mehr nicht. Meine Haare riechen den zweiten Tag. Heute ist der zweite Tag, dass ich die gewaschen habe. Die sind immer noch. Riechen die. Sind genauso voluminös wie am Anfang. Ich kann euch nur sagen, diese Kombi. Für mich. For life. Das hat mein Leben verändert. Das ist ein absoluter Game Changer. Und ich werde niemals was anderes benutzen als diese zwei. Ja, die kosten ohne Ende. Mein Mann benutzt das Shampoo mit. Deswegen, wir werden bald ein Backup brauchen. Ist mir egal. Ich kaufe das so lange nach, wie es das gibt. Und bitte Lush. Stell das niemals ein. Weder noch. Es ist jeden Cent wert, jeden Hype wert. Und wie gesagt, meine Haare waren noch nie so schön wie mit diesen beiden Produkten. Bitte kauft mir das nicht leer. Bitte, bitte. Aber ich teile es mit euch. Absolut Game Changer. Dann habe ich ein Duschgel von Lush. Was ich vergöttere. Mein Gott. Und ich habe gesehen, die haben Bodyspray rausgebracht. Aber natürlich wieder nicht für Deutschland und Schweiz, glaube ich. Sondern eher für Amerika oder so. Aber ich habe das Duschgel davon, das Sticky Date. Mein Mann kam gestern in die Dusche, als ich damit geduscht habe. Und der war die ganze Zeit und hatte, mein Gott, was riecht das? Meine kleine Tochter, wenn die reinkommt, rastet die aus. Mama, ich will da reinbeißen. Leute, das riecht nach Dattel, Schokolade, Vanille. Wenn man Gourmandige Düfte mag, ist das ein absoluter Must-Have. Ich habe noch nie so ein leckeres, gut riechendes Duschgel gehabt wie das. Das Einzige, was mich ein bisschen irritiert, ist die Farbe. Es ist schon sehr braun. Ich bin das nicht so gewöhnt, ein braunes Duschgel zu haben. Aber es passt zum Duft. Es ist so dieses Schokoladige, als würdet ihr euch Schokolade im Prinzip auf den Körper schmieren. Ihr riecht wirklich wahnsinnig lange, wenn ihr aus der Dusche kommt danach. Dann leert ihr das noch mit Let the Good Times Roll Body Spray und dann mit dem Turmeric Latte von Lush. Und ich sage euch, ihr werdet alle umhauen. Das ist Gourmand Himmel. Wenn ihr verrückt seid und obsessed seid mit gourmandigen Düften, empfehle ich euch diese Dreierkombi. Und ihr braucht nichts anderes. Ihr werdet im Himmel sein. Im siebten Gourmand Himmel. Sticky Dates, ich kann es nur empfehlen. Mein liebstes Duschgel in diesem Monat. Bombe, einfach nur gut. Dann bleiben wir ein bisschen bei Body Produkten. Und zwar habe ich, da habe ich euch auch schon gezeigt, die, ja jetzt habe ich vergessen, irgendwie Bee, heißt die Scrubby. Genau, das ist die Scrubby. Das ist dieses Duschpeeling, feste Duschpeeling mit so Kokosraspeln. Das riecht, das riecht wie weiße Schokolade. Da will man echt reinbeißen. So ein bisschen Hafermilch und weiße Schokolade. Das ist gleichzeitig ein Peeling und eine Body Lotion. Das heißt, wenn ihr euch in der Dusche damit einreibt, habt ihr ein Peeling und seid eingecremt mit der Body Lotion in einem. Mega Teil. Ich habe schon gelesen, ein paar von euch haben sich das nachgekauft. Schreibt mir mal eure Meinung. Ich finde das Bombe 10 von 10. Also wirklich, ich benutze das so gerne. Je nachdem, ob ich mich später gern mit einer Body Lotion eincremen will oder nicht, nutze ich das. Möchte ich mich später eincremen, nutze ich das nicht. Denn nachdem braucht ihr euch mit nichts mehr eincremen. Wenn ich das aber nicht benutze, nehme ich auch gern meine Body Lotion. Aber mega. Dann habe ich auch noch eine Body Lotion, die ich für mich entdeckt habe, die wohl irgendwie limitiert ist und es nicht immer gibt bei Lush. Aber wenn ihr Apfel mögt, grünen Apfel. Leute, once upon a time. So heißt das. Und es ist genauso grün und ich weiß nicht, bei Lush ist es so, finde ich, die Produkte, wenn ihr die mit dem Auge anguckt, erinnern die euch, was ihr riecht. Ja, das passt komplett zusammen. Denn die Creme ist grün. Die riecht nach grünem Granny Smith Apple. So riecht die. Frisch, frisch, fruchtig, Apfel, Apfel, Dessert, also so wirklich, als würdet ihr einen grünen Apfel aufschneiden. So wirklich authentisch. Danach, ich liebe den Duft. Ich liebe einfach diesen Duft. Das passt wahnsinnig gut zu frischen, holzigen Düften, fruchtigen Düften. Und der hat eine sehr gute, wirklich, Performance. Also wenn ihr euch ganz damit eincremt, ihr riecht wirklich nach Apfel. Mein Mann hat mich direkt angesprochen, als ich den benutzt hatte. Was riecht hier so gut? Also der fand den auch Bombe. Und ja, ich finde ihn auch Bombe. Einfach nur once upon a time. Also wie gesagt, das kriegt ihr nicht immer. Deswegen habe ich die große Verpackung gekauft. Ich wusste, ich liebe den. Denn jetzt im Moment, glaube ich, haben die den. Wenn ihr das probieren könnt im Laden, probiert den aus. Wenn ihr Apfel mögt, kann ich euch den nur ans Herz legen. Bombe. Einfach nur 10 von 10. Und dann habe ich noch eine Sache. Und zwar meine Lieblingstasche diesen Monat. Und ich bin wirklich obsessed mit der Tasche. Ihr wisst, ich liebe Taschen. Ich habe sehr viele teure Luxushandtaschen. Und die ist ja so im mittleren Segment. Und zwar ist das eine von Sardik & Voltaire. So sieht die aus. Ich habe euch eine andere schon mal vorgestellt. Jetzt zeige ich euch die. Ich habe die im Monat November praktisch nur getragen. Und zwar, das hat jetzt diese Ketten hier mit Leder durchzogen. So sieht sie von vorne aus. Hat diese Engelsflügelchen. Und überall mit diesen silbernen Stats. Hat hier diesen Reißverschluss. Hat einen magnetischen Verschluss. Ja, also es hat wirklich hier vier Magneten. Hat hier ein Fach. Und dann macht ihr die hier oben auf. Und dann habt ihr ein Fach, was ganz bis runter geht. Ich habe sie euch extra ausgeräumt. Von hinten sieht sie so aus. Ich liebe die. Leute, wurde oft schon darauf angesprochen. Und ja, das ist jetzt so ein limitiertes Modell. Deswegen wollte ich das unbedingt haben mit diesen Stats. Es ist auch noch eine, falls dieser Modellreihe, bei mir auf der Wunschliste. Und zwar so ein schwarzes Lackleder. Die ist all black und hat dann die Engelsflügel so mit Steinchen besetzt. Die ist auf jeden Fall zu Weihnachten auf meiner Wunschliste. Mal gucken, ob ich es mir erfüllen darf. Aber wie gesagt, diese Ketten sind einfach, finde ich, genial. Ihr könnt es auf so viele Art und Weisen tragen. Als Shoulderbag, als Crossbodybag. Ihr könnt eine Kette abnehmen. Einfach so. Auf der Schulter trage ich sie auch oft. Oder beides. Praktisch Schulter und Crossbody. Dann habt ihr die Kette vorne so hängen. Ich finde die 10 von 10. Ich bin wirklich obsessed mit diesen Taschen. Kann davon nicht genug kriegen. Und wollte sie euch auch noch gezeigt haben als meinen Monatsfavoriten. Das waren sie. Meine Monatsfavoriten. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, mit was wart ihr diesen Monat so richtig obsessed. Ich habe auch noch so ein bisschen ein paar Bücher. Und wollte euch mal fragen, ob euch das noch interessieren würde. Ob ihr vielleicht wollt, dass ich euch meine Lieblingsbücher in die Monatsfavoriten. Denn ich habe jetzt im Monat November auch wieder zwei richtig geniale Bücher gelesen. Wenn es euch interessiert, schreibt es mir in die Kommentare. Und dann werde ich das in meinem Monatsfavoriten mit aufnehmen. Ansonsten wünsche ich euch noch ein wunderschönes Restwochenende. Und hoffe, wir sehen uns bald wieder in einer meiner nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss. 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 Tsais. T ù. José. Tschüss. Undarias wird es bewege sein und posthust. 百 Soc務 resurrection. Sä. Tömer. Tömer. Vielen Dank.